In Ihrem Unternehmen bieten Sie eine betriebliche Altersversorgung an. So erfüllen Sie eine wichtige gesetzliche Verpflichtung und lassen Mitarbeiterherzen höher schlagen. Aber wenn es an die Verwaltung geht, wird es aufwendig. Ein Mitarbeiter zieht um, ein anderer heiratet und hier steht eine Elternzeit an. Ständig suchen Sie Formulare, rufen beim Versicherer an oder Ihrem Vermittler. Und das Spiel geht von vorne los. Das kostet Zeit, Ressourcen und ist fehleranfällig. Doch dafür gibt es eine Lösung. Das Signal Iduna BAV-Net. Das ist die direkte Verbindung zu Ihren BAV-Verträgen bei der Signal Iduna. Ein Portal, das Ihnen die Signal Iduna in der Basisversion kostenfrei zur Verfügung stellt. Hier können Sie alles rund um das Thema BAV erledigen. Übersichtlich, zeitgemäß, bequem und sicher. Verwaltungsvorgänge aller Art stoßen Sie jetzt mit einem Mausklick an. Und durch die Vergabe von Leserechten behält auch Ihr Vermittler den Überblick. Die häufigsten Verwaltungsvorgänge können schnell und fehlerfrei bearbeitet werden. Dazu können Sie mit einem Upgrade sogar Ihre BAV-Verträge weiterer Versicherer im Portal sichtbar machen und bearbeiten. So sparen Sie Zeit und Geld mit dem Signal Iduna BAV-Net. Einfach, effizient, digital. Registrieren Sie sich jetzt unter si-bav.net